Gut, liebes YouTube. Wegen Schicken war die Geste. Komm mal zu, Yuno und Taka sollten dort sein. Ja, tut mir leid YouTube, ich hab jetzt einen Fuchsbau vergessen aufzunehmen, weil ich vollidiot zwar im Stream bin und mit den Leuten gesprochen habe, aber ich hab vergessen auf Aufnahme zu drücken. Das passiert mir öfters. Ich bin halt ein Noob. So, wollen wir mal gucken. Weiß eigentlich einer, wo die Yuna aktuell ist? Wegen Schicken war die Geste, war die Geste, macht man oft, wenn potenzielle Gefahr besteht. Also dieses Leiche verstecken mit den Fingern. Ja, könnte ich machen. Aber, keine Ahnung, wie viel waren das? Fünf Minuten? Die fünf Minuten, Justin. Aber du hast nur eine Krippe, ne? Du hast kein Corona. Hoffentlich geht's der Yuna gut. Nein, du sollst ja nicht runter, du sollst nach oben. Mit der Finger, oben wird man dich loben. Ja, das geht ja noch. Dann kann wenigstens die Family raus. Du hast nur ein Wunders. Du hast nur ein Wunders. Hey, wir sind auf! Du hast eine Krippe! Nein, du sollst nachden! Das ist das! Nein! Ich kann meine Güven! Die Arbeit ist! Je bin mir! Was nicht so? Nein! Juna, was geht? Na, Gott sei Dank nicht. Na, immerhin, Jus. Das geht doch. Das ist halt interessant, dass die Leute, die mir jetzt folgen, seit Ghost of Tsushima, dass sie seitdem nicht mehr reingeguckt haben. Nein. Ich laufe nicht mehr fort. Bring mich zu den anderen. Du hast Blut im Gesicht. Naja, wer weiß, was für eine Periodenspalte der genuckelt hat. War das gemein? Entschuldigung. Wie viele Überlebende gibt es? Ein paar Familien. Zumeist Bauern und Schmieden. Nichts der Kampf erprobt. Ich würde gerne. Die alle hast du allein getötet? Gute Arbeit. Ich hatte Übung. Kommst du an mehr Pfeile? Gebrauchte. Aus Hauswänden. Und Leichen. Die müssen reichen. Da wollen wir der Juna mal folgen. War nicht gemein, nur eher eklig und abwertend. Was? Wie sie tappt. Wie so ein kleines Kätzchen. Tappetitappetitapp. Tappetitappetitapp. Funktioniert die Schmiede? Ja, aber wir können sie nicht entfachen. Der Rauch würde uns verraten. Den Mongolen zeigen, wo wir sind. Damit können wir sie anlocken. Dann müssen sie auf unserem Boden kämpfen. Mit dir rechnen sie hier nicht. War nicht gemein. Wohl eher eklig und abwertend. Äh, ich bin jetzt gerade am überlegen, was ich gesagt habe, worauf das sich bezieht. Bedenke den Delay, den wir haben. Ich will da runter, da gibt es viele Vorräte. Ich bat die Götter, euch beide zu beschützen. Ich danke euch. Aber ich ersuche eure Hilfe. Juna sagte, ihr bräuchtet etwas. Ein Werkzeug? Zur Rettung des Fürsten. Er ist gefangen auf Burkhard Neda. Und ich muss ihn befreien. Leise. Sodass niemand es merkt. Ihr geht es an der Schmiede. Okay. Und ihr seid Schmied. Der Beste. Ich könnte etwas anfertigen. Doch es bleibt keine Zeit. Die Mongolen. Ich werde ihnen Kumatsu nicht überlassen. Wir bleiben. Ich brauche meinen Gehilfen. Yukio. Wir wurden getrennt. Wo ist er? Ach, das meinst du, ja. Okay. Kann ich da noch was nehmen? Yeah, Stahl. Ich will da runter. Juna, so wie du da sitzt, siehst du aus, es wird so kacken. Erstmal alles mitnehmen. Ja. Die armen Leute haben nichts und ich klaue dir nicht vorrätig. Ich fühle mich schlecht dabei. Okay. So, was geht denn als nächstes hier? Ich finde Yuki. Yuki. Yukiko. Hat der Fluss... Sieht der vom Abendrot so aus? Oder ist der rot gefärbt? Yuki ist also woanders da weg. Okay, verstehe. Kunai benutze ich aktuell ganz gut, ne? Die Frage ist jetzt nur... Es sah vom Abendrot so aus, aber ich habe selbst keine Ahnung. Ich glaube aber auch Abendrot, weil das wäre ein bisschen too much. Zumal auch das Gestein hier so ein bisschen rötlich erscheint. Weiß wir nicht, warum hier... Achso, das ist ein Ofen. Okay. Ja. Dann ist normal, dass hier Rauch rauskommt. Die Frage ist jetzt nur... Gibt es hier noch jemanden? Das sieht nämlich alles ziemlich leer aus. Und ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Weil so wie das hier aussieht, könnte Yukiko ein Problem haben. Obwohl das eigentlich alles Mongolen sind. Also sind jetzt hier jetzt auch nicht unbedingt unsere Freunde in dem Spiel. Wo ich eigentlich bei Mongolen sehr gerne essen gehe. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Fuck. Ich hätte nicht gedacht, dass hier noch ein Penner lebt. Das ist schon echt ulkig. Das ist schon echt ulkig. Ich rate mir, vorne muss ich dann schnell sein. Ist das hier das Bad? Ja, ich glaube, hier ziehen die sich um. Aha. Was ist mit der Dame, die jetzt da gelauf mit dir läuft? Ist das deine Gliede oder was? Wer ist dieser Mann? Frag du ihn. Hallo? 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 das lässt du schon bleiben ich weiß man nicht was los ist aber der typ der lässt es gut gehen ist das seine tochter was geht denn hier ab nur wenn ich gegen mongolen kämpfe wir gehen zur schmiede bleibt bei uns mir fehlt so ein bisschen dieses anvisieren das ist ein bisschen nur auf die Mädels aus, ne du Lappen. Ich hätte gedacht, es wären nicht so viele. Warum hast du dich gerade selbst verbraucht, Mädchen? Ist so blöd. KI, KI Leute, KI. Ich sag dazu nichts. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ja, dann lass es doch gleich da lang gehen. Vollidioten. Lauf doch nicht ins... Gibt doch bestimmt noch mehr von diesen Freaks. Mensch, Mensch, Mensch. Schlimm, ne? Die Schmiede müsste hier sein. Gut. Das ist interessant, dass man die... Wo sind die Yuna hin? Na, Yuna, was machst du denn da, Mädchen? Ich meine, es hält dich so ein bisschen in Ehren, dass du eine Familie retten willst, aber... Komm schon. Komm schon. Komm schon. Jin, wir können die Schmiede entfachen. Wir können die Schmiede entfachen. Taka meinte, du suchst eine Familie? Ich kam zu spät. Die Mongolen haben sie erwischt am anderen Flussufer. Diese Leute nahmen meinen Bruder damals als Lehrling auf. Dann lassen wir sie nicht zurück. Dann los. Samurai, wo ist Samurai? Ich bin dir näher als du lieb... als dir liebes, du Arschloch. Du 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 duh du 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 du... Lucchi Lucchi! Fünf Dollar. Haha, Penner. So, jetzt müssen wir nur gucken. Da ist nämlich noch eine kleine Mist-Sau. Haha, kennst du das nicht? Kennst du das nicht, Justin? Aus South Park, wo der Eric Hartner sich für eine jetznamesische Prostituierte hält. Also vom Bullenfeld. Und dann irgendwie die ganze Zeit sagt, Lucci, Lucci, 5 Dollar, Mr. Soldat. Ist so geil. Richtig leid und ganz hart. Haha, hab's akustisch nicht verstanden. Ja, der hat halt gesagt, ja, Lucci, Lucci, 5 Dollar. 5 Dollar, Lucci, Lucci. Nur halt mit diesem komischen Akzent. Ne, 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 ne. Bist du ein kleiner... Aua, Alter. So. Wunderbar. Jo. Jo. Sind wir wieder unter uns? Ich hab keine Ahnung, wer noch da ist. Adriano, du bist so still. Musstest du eigentlich dein PC wieder zurückschicken, weil du ja gesagt hattest, dass die deinen Case kaputt gemacht haben. Ich hab keine Ahnung, woher der... Der dieses Gesundheitsding nimmt. Juna, du kannst die doch auch führen. Warum muss ich die denn da hinbringen? Ja, am gleichen Tag... Oh, okay. Okay, das ging aber schnell. Dafür, dass du so lange warten musstest. Ähm... Ah, gab einen größeren YouTuber, der mit einem Fahrrad von Deutschland nach Istanbul fährt. Und irgendwo ist eine Dirne gelaufen. Und dann hat er gesagt... Ah, ja. Hab gedacht, du meintest das. Ne, das meinte ich nicht, Justin. Aber ja, den, ähm... Diesen Typen, der solche kontroversen Sachen öfters machen soll, davon hab ich gelesen. Aber nein, ich... Wenn ich was zitiere, dann etwas, was, äh... Nicht irgendwelche Niemande, die es irgendwo mal in einem... Video sagen, sondern schon, die das halt sat... äh... Satirisch dann halt wirklich machen. Was ist mit den Mongolen? Diesen Ort werden sie nicht zerstören. Das hat halt Eric Cartman gesagt. Weil er sich selbst für eine Prostituierte gehalten hat. Dann hat er auf dem Jahrmarkt, nach dem Bullenreiten, hat er halt, äh... Soldaten gesehen. Und dann so, oh, Mr. Soldat, ich so lattig. Die ganze Zeit. Luchi, Luchi, 5 Dollar. Und als er dann auf Bullen gereiten ist... Oh, Luchi, Luchi. Die ganze Zeit nur so ne Scheiße. Ja, früher konnte man sowas machen, das war lustig. Lass mich raten. Läない Сергalog aus. Ja, dingen territ assured. Wie lie accomplishi ich. Die station des Flugtons. Ja, nein,如何 zu werden. esto ist ge 2000 Dollar. Soll es, was jetzt hier? Guck mal, aufhören die Juna anzugreifen, du Lappen. Guck mal, ich hab was für dich. Und ich treffe mich. Guck mal, Juna, so. Alter. Nein! Hund! Was zum... Doch. Wird mir sch... Mongolen sind in der Schmiede! Wir müssen was tun! Ich will nicht mehr gehen! Ich will nicht mehr gehen! Ich will nicht mehr gehen! Ich hab nichts getan! Ich hab nichts gemacht! Doch! Okay, oben ist alles sicher So, machen wir die Hunde mal hier Looten Ja, ich bin doch dabei Ja, ich bin doch schon dabei Sag mal, bin ich zu blöd? So, wo sind denn noch ein paar Bogenschützen? Sag mal, renn den Penner doch hinterher So Die hören sich halt nicht mal wie Hunde an Sondern eher Wie Monster oder so Ja, ist doch gut Jetzt spannt euch doch mal Wo? Ja, ich bin doch Ja, ich bin doch Ja, ich bin doch So, weg mir der Drecksau Du Lümmeltüte auf zwei Beinen Ich zieh über den Sportpisser Juna, das ist meiner Natschert Komm in den Sack Ene Mene Eins, zwei, drei Gepierst hab ich dir dein Ei Juna Juna Ich bin doch nicht rum Du bist mehr als ein Samurai Er ist ein rachgieriger Geist Dem Grab entstehen Um die Mongolen zu töten Dieses Grinsen von der Alten, ey Sind aber keine Krieger Doch, komm schon Juna Wenn ich den Share-Button Und den Playstation-Button Fünf Minuten drücke Dann kann ich auch ohne Kabel Den mit anderen Sachen Paaren Ist interessant Ich mach mal kurz Licht an Ihr seht mich ja nicht Das ist schlimm Ich las die Samurai Folgen einem Weg der Ehre Nur einer der vielen Unterschiede zwischen uns Warum finden dann meine Männer ihre Brüder rücklings Erstochen? Füster Kai würde nie Die zu solchen Taktiken greifen Krieg bringt unser wahres Ich hervor Könnte das ein Problem werden? Er machte euch zum Hund Der auf Befehl eures Vetters Kuglein Vergeweidigt Raubt und plündert Euer Neffe Weicht vom Pfad des Kriegers ab Er wird zu dem Was ihr hasst Außer ihr schließt Euch meinem Kampf Für den Frieden an Ihr wollt keine Verbündeten Ihr wollt Soldaten Um den Shogun zu stürzen Überlegt es euch Helft eurem Neffen Seine Ehre wieder herzustellen Bevor seine Feigheit Zu weit geht Und bevor ich euch Seinen Kopf bringe Ist das so ein So 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 ein Chain Ding? Ich kann meinen Onkel Erst befreien Wenn Taka sein Werk Vollendet hat So nach dem Motto So nach dem Motto Wenn ich diese Herausforderung Nicht machen würde Würde Äh Wenn ich die Herausforderung Machen würde Ähm Würde das anders Aussehen? Ich bin mir nicht ganz Ich bin mir so ein bisschen Unschlüssig Aber ich hab jetzt auch Keine Lust Das irgendwie nochmal Ein zweites Mal so zocken Um das herauszufinden Weil ich muss ganz ehrlich sagen So viel Zeit zum Zocken Hab ich nicht Ich hätte es gerne Aber da ich ja Da ich vollidiot Ja mit euch Mit jedem Äh Euch Bei jedem Scheiß Den ich mache Halt Dabei haben Möchte Könnte ich nicht Es müsste einer sein Der 24 7 streamt Muss auch schlafen Und der andere Macht halt den Rest Das klappt halt nicht unbedingt Also nicht auf Dauer Ich will hier hoch Kann ich nicht ne Nicht abgeschlossen Ein neuer Sattel Uh Kehre zum Mönch zurück Ja Wie komme ich denn da jetzt hoch Am besten gar nicht Ich weiß nur nicht was der Sattel bringt Da muss ich da Ah ja gut Gehe ich halt da lang Aber das nehme ich noch mit Ich habe zwar keine Ahnung was Das Zeug da oben zu suchen hat Aber ich will es auch nicht hinterfragen Lol Da ist er Sakai Hallo Mein Name ist Genro Ich versuche das Volk ein wenig aufzumuntern Da geht es euch wie mir Ich möchte alle an unsere Beschützer erinnern Die in Komoda fielen Worte sind nicht genug Die Clanbanner der Samurai sind mächtige Symbole jener Die ihr Leben für uns gaben Sie stehen bei mir Am gleichen Tag haben wir wieder zurück Der PC wurde erst letzte Woche Freitag verschickt Also hat es nicht so lange gedauert Okay Ich las gerade eine Schrift mit der Geschichte des Adachi-Clans Dort stand Ihre ersten Fürsten galten als die großen Erbauer Wisst ihr wieso? Sie erbauten den goldenen Tempel von Ariad Haben sie dir eigentlich auch gesagt was da gewesen ist? Was war da jetzt? War da wirklich nur Also mich enttäuscht Bin ja am Hurtgold spielen Und bin bei der achten Arena Was sagst du zum Team? Meganie, Taubos, Lapras, Arkani, Blitzer und Stahler Solide Bitte nehmt dieses Zeichen meiner Dankbarkeit an Lebt wohl Würde ich sagen Ich würde sagen Solide Solides Team Vor allem Meganie ist okay Kann man nehmen Lapras ist auch ganz Ist auch ganz solide Kann man durchaus was reißen Ist nicht unbedingt schwach Muss sich nicht verstecken Und ja Was du Arkani nimmst war klar Ich weiß nur nicht wie du Arkani bekommen hast Weil bei Gold und Silber war es so ultra schwer Dingsbums zu kriegen Dachte mal Ich spiele Dachte mal Ich spiele mit Pokémon Die ich selten spiele Danke gute Frau Oh das gefällt mir Das gefällt mir Jetzt sehe ich aus wie Raiden Raiden Vokano gab es In Gold auf Route 37 Ja Wo es Vokano gab Ja Aber Bei der normalen Oder bei der ersten Ähm Wie heißt es Bei der ersten Ähm Munition und Ressort Danke Warte mal Kann ich Raubtier Fälle bei dem kaufen Haftbombe Brunei Klein Inventar Brandpfeil Pfeil Gold Seltenes Metall War es nicht genug 300 Ich weiß noch nicht Wo es den Feuerstein gibt Zum Arcani Dingsbums Bekommen Also In der Originalen Gold Silber Kristall Edition Hast du den nur bekommen Indem du Bill irgendwelche Dingsbums gegeben hast Irgendwelche Pokémon Gezeigt hast Und da hat er dir auch nur Jeweils einen Stein gegeben Was Bin du random Durchs Gras gelaufen Da kam es schon Dachte mir so Why not Ne mir geht es nicht darum Dass du Arcani hast Justin Mir geht es darum Woher hast du diesen Fucking Feuerstein Um dieses scheiß Vieh zu entwickeln Tschuldigung Aber genau das meine ich Das meine ich Ich weiß immer noch nicht wo Juna sein könnte Hat jetzt ohne Vorwarnung in der letzten Zeit nicht mehr reingeschaltet Schade eigentlich Schade eigentlich Aber Hino hat sich auch Hallo Nach oben Nach oben Danke Also das Klettern haben sie hier generell bei beiden PS5 Spielen ein bisschen verkackt Bei Horizon Verbinden West habe ich das auch Vom Käfer Turnier war als erst Echt Am erster Platz habe ich immer einen Sonnenstein bekommen Aber wie gesagt Hurt Gold ist ja ein Remake Kann sein dass man beim Käfer Turnier da einfach verschiedene Steine gewinnen kann Dass sie das so gelöst haben Fand ich halt auch eine schlechte Idee Dass man die Entwicklungssteine da in der zweiten Generation so schwer bekommt Wo ich mir denke What the fuck warum Was sie sich dabei gedacht haben Ja ich würde sagen wir machen diesen Part jetzt noch fertig für die YouTuber Auch wenn in der Regel selten ein YouTube Part von mir so weit geguckt wird Es ist zwar auf der einen Seite ganz schön Dass ich mittlerweile ordentlich Aber diese Remote Player scheint echt teilweise Verbindungsprobleme zu haben Ähm Es ist zwar schön dass man so viele Aufrufe bekommt Aber es bringt halt nix Oh gefallene Außenposten Ja da muss ich mich wieder Ich versuch's einfach mal hier Nicht mordend Der eine mongolische Fürst und mein Onkel Haben sich ja schon drüber unterhalten Dass ich den Pfad der Tugend irgendwie Ähm Verlasse Ich weiß nicht ob das so ein Ding ist was machbar ist Oder ob ich einfach nur genug Leute Hier fehlt ein Gegenstand Und diesen Schreinabstieg Ein Gegenstand Will doch einfach nur dieses Gebiet Flaxen Also wenn es Experten in dem Spiel gibt Könnt ihr euch gerne zu Wort melden Wenn ihr da wisst Dass man ob man diese Gespräche beeinflussen kann Und oder nicht Ich bin da recht unschlüssig Aber auf der anderen Seite bin ich auch nur ein Casual Genießer Gamer Hallo nach oben Also das Klettern ist Feuersteine bekommst du in Gold, Silber Durch erstens Käferturnier Nur im Remake In Oketlon Remake Kaufbar Was ist er Kaufbar Aber Aber random an welchen Tagen es gibt Braucht man 2500 Punkte Um die zu kaufen Also im Remake Also im Remake ja Ich verstehe es nicht Warum greifen die mich alle Warum greifen alle Ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht Ich verstehe nicht warum die mich alle angreifen Können ich alles In Base Gold, Silber hast du nur einen Feuerstein bekommen Ja ich weiß Das weiß ich In Kristall gab es dann auch Wenn man nur Vom Schulkind Holger Nachdem man das im Remake besiegt hat Okay Ja ich glaube genau so war das Das war bei Ich glaube Bei der War das bei der Camperin Annette Bei diesen Bei dieser einen Camperin glaube ich Die im Ähm Die kurz vor Ducatia City gewesen ist Meine ich Hat man da auch glaube ich Wenn du mit ihr befreundet warst Hatte die random einfach irgendwann mal Sowas geschenkt Ich glaube damit haben sie es dann halt gelöst Irgendwie so Das ist ein Pferd mit Reiter oder ohne Also ein Pferd Laut PocoWiki zumindest Ja möglich Ich kann es dir aber jetzt auch nicht sagen Ich weiß nur dass das Ziemlich schwierig zu finden war Also ja Aber die Remakes habe ich nicht gespielt Mir fehlt einfach ein 3DS Das Problem ist Ich Kann zwar irgendwie Ein 3DS mit Capture Card bekommen Aber die kannst du nicht so fertig kaufen Sondern Ähm Im Internet habe ich dann so eine Website gesehen Die das zwar machen Aber die sagen Du musst uns deine Hardware schicken Sag ich mir so Ja ist klar Natürlich Schickt ihr euch ein 3DS Damit ich den nie wiedersehe Nur weil ihr mir versprecht Da eine Capture Card einzubauen Also da müsste man halt mal gucken Ob man das Ob man das Wagnis mal Probiert oder nicht Aber Ich bin mir da noch nicht so sicher Ob ich mir den mal holen soll So Habe ich das denn jetzt befreit? Ja Aber mir fehlt noch was Okay Dann würde ich gerne hier hingehen Einfach Weil ich gerne mal den Ort So ein bisschen erkunden will Das ist jetzt Wie gesagt Das Spiel spiele ich jetzt nicht Um es schnell durchzupetzen Sondern das Game spiele ich jetzt Eher einfach mal Um es ein bisschen Chilimili zu machen Äh Hol dir einen normalen 3DS Und spiel für dich Ja Ja Auf der anderen Seite Wenn ich für mich spielen will Ich Will mir jetzt kein Handheld mehr holen Justin Also so So stark interessieren mich Jetzt die Pokémon Remakes nicht Ich hab ne Switch Mit der kann ich Ähm Unterwegs spielen Und ja Ich hab Pokémon Go gespielt Okay Und das Ein paar Viecher gefangen Ich bin mir nur nicht ganz sicher Wie das Spiel richtig funktioniert Also noch nicht Einfach aus dem Sinne Dass ich Immer noch nicht so ganz weiß Ja Keine Ahnung Na Emulator spiele ich sehr ungern Ich versuch's lieber schon Auf die Äh Auf Original Hardware Kommt man nur so Eine Capture Card 3DS Ich befürchte ja Ich befürchte ja Also fertige Device Verkaufen sie glaube ich Nicht mehr Was ist passiert Eine Seuche mein Herr Man hat Leichen in den Brunnen geworfen Und diese Menschen Tranken nichts ahnend daraus Ein grauenhafter Tod Wir sollten sie begraben Wir müssen sie verbrennen Damit die Seuche Sich nicht ausbreitet Aber Das wird leider nicht reichen Einer der Kranken Wird vermisst Ich finde ihn Von hier führen Fußspuren weg Er wollte wohl Hilfe holen Wenn er lebt Bringe ich ihn zu einem Heiler Ansonsten Verbrenne ich ihn Unentdeckter Ort Ja Ist natürlich nicht so geil Vielleicht sollte ich hier auch Keine Vorräte mitnehmen Obwohl die sind ja alle Verseucht Weil sie Wasser von einem Brunnen Getrunken haben Der ja eigentlich Vergiftet war Ah schon wieder Füchschen Fuchs 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 Denk dran Dass wir noch Fußspuren suchen Bevor wir jetzt hier die ganze Zeit den Yo Na gut Das sind flinke Flinke Gesellen Lauf kleiner Fuchs Lauf ganz schnell weg Und ich lauf dir hinterher Auch durch den Dreck Schon wieder Das ist so eine Felsspalte Ich muss mich dann Durchquetschen Ups Ich hoffe ich bin nämlich Auf den Schwanz getreten Dann schneide ich ihn ab Und hänge mir Als Trophäer Um den Hals Benötigt die Innerreichrande An den niederen Teil Mal einen Platz zu verdienen Was Sehe ich noch irgendwo Warum verschwinden die denn immer Die bleiben doch sonst immer stehen Und holen sich doch ein bisschen Die rote Rakete ab Wollte ich schon sagen Aber das wäre eklig So Jetzt müssen wir aber zurück Jetzt habe ich vergessen Wo dieser Dieses scheiß Vieh uns hingeführt hat Aber diesen Fuhsspuren Muss ich folgen Fuhsspuren sind hier Ja ich weiß Dass der da lang ist Ich kann Spuren schon lesen Und sehen Ist interessant Dass wir keine hinterlassen Da ist er Ah Schade 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 Was sollte der Mönch wissen Ja Das sagen wir dem jetzt auch noch Lass ihn einfach brennen Wenn ich sonst könnte das Ein Waldbrand verursachen Obwohl es sind eigentlich schon Echt saftige Wiesen hier Ich glaube die haben hier Nicht so eine dürre Periode Wie wir hier Denke man da Entfacht sich nicht so schnell Ein Feuer Ja Ich sah den Rauch Über den Hügeln Habt Dank Mein Herr Könnt ihr die Seuche eindämmen? Wenn ich hier fertig bin Versiegle ich den Brunnen Damit niemand daraus trinkt Habt Dank Mein Herr Ja Aber das muss man doch Schmecken Oder? Könnt ihr sagen Was ihr wollt Aber ich kann mir nicht Kann mir nicht vorstellen Dass man das Wasser Dass man aus einem Brunnen trinkt Dass man nicht schmeckt Dass da eine Leiche am Verwesen ist Komm schon Das könnt ihr mir nicht erzählen So Was haben wir denn sonst noch? Ich Durchsuche einfach mal alles In der Hoffnung Dass ich vielleicht irgendwo Mal ein paar Karteninfos finde Ansonsten müssen wir mal gucken Wir was machen Vielleicht spiele ich Das Spiel auch einfach nur Für Linksbums Spiele wir das Spiel hier einfach durch Und ich versuche es dann einfach Privat zu kompletieren Weiß ich an was Wie ich das erinnert? Es gab schon mal ein Spiel Wo man genau so angefangen hat Hütchen zu bauen Fett Mensch Dass hier Blut liegt Na Justin Das müsstest du wissen Das willst du doch Die ganze Zeit Als ich das spiele Zum Glück hast du mich In der letzten Zeit Damit nicht abgefuckt Na Ach Rate spiel Rate spiel Nein The Forest doch nicht So baut man doch Keine Hütte In The Forest Aber du bist schon Auf dem Weg In die richtige Richtung Wir haben nicht so viele Spiele gespielt Aber The Forest Wäre zu leicht Also wenn du jetzt Nicht drauf kommst Dann ist das schwach Schwach Es ist nicht The Forest Es ist nicht The Forest Ah Strangely Das ist leichter All Die Der Die Warum greifst du mich an? Warum greifen die mich überhaupt an? Ich verstehe nicht, was das für Viecher sind. Ja, ich habe nicht gesagt, dass man da mit einer Hütte startet. Sondern man baut sich so eine Hütte zuerst. So ein Unterschlupf, der sieht so aus. Und ja, ich meine Stranded Deep. Wenn man sich da nämlich einen Unterschlupf baut, dann sehen die nämlich genauso aus wie das Ding, was wir eben gesehen haben. Ich weiß nicht, was für ein Sprung das war, aber ey. Das klappt. Ich muss mich raten, das ist wieder so ein Fuchsbau oder so eine heiße Quelle. Ah ne, so ein Heiko-Ding. Hoch oben im Himmel. Zeige ich dir den Pimmel. Ne, doch nicht. Sorgen dämmt Wachstum. Ne, äh, okay. Jetzt habe ich zwar ein längeres USB-C Kabel, aber... Was habe ich hier gefahr, dass ständig mit dem... Sorge dämmt Wachstum. Linksbums. Mein Stuhl hat drüber... Ratter. Gedeihend und frei. Ja. Nach dem Haiku... Ich würde sagen... Stirnband des Todes. Das ist super. So, ich würde sagen... Schickt eigentlich. Jo. Ist jetzt die Frage, was wir machen. Ich würde sagen, wir können entweder Falkry sechsmal anzocken, wenn ihr Bock habt, oder wir machen irgendwas zusammen. Ich würde sagen, Ja, es gibt zwei Sachen. Entweder machen wir uns die Switch an Oder wir zocken halt For Cry 6. Ich habe hier drei Games. Glaube aber nicht, dass ihr Bock auf Pokémon Pearl habt. Ja, da du deinen Smash Brothers noch nicht hast, Justin, lassen wir das mal. Und Deluxe. Können wir noch eine Mario Kart spielen oder For Cry 6, wie ihr wollt. Warte mal. Ich schon. Was? Ich schon. Was meinst du? Moment. Moment. Was heißt ich schon? Achso. Du hast schon Lust auf Pokémon. Okay. Verstehe. Ich glaube, ich habe gerade so die Pension. Die Pension müsste ich eigentlich gerade bestanden haben. Läuft eigentlich. Achso, ja. Entschuldigung. YouTube-Aufnahme. Hier. Macht's gut. Bis später. Oder ja, mal gucken, wie ihr wollt. Für heute ist Ghost of Tsushima finito.